also das grafik pack sieht schon ein bisschen besser aus als das alte wobei das einfach nur eine neuere version sein könnte aber sieht doch ein bisschen anders aus teilweise was macht er jetzt er ist okay und jetzt store item in bin nach wisst ihr was ich sag jetzt einfach mal reißt das teil ab seine waffen hat er jetzt von dahin geholt oder kann kein fein meal preparen hat er jetzt überhaupt irgendein fein meal ja das ist fein meal das heißt er hat jetzt sieben prepared meals gemacht da ganz toll das hat sich jetzt voll gelohnt cheese seeds sind gerade beim wachsen alle hoff ich mal kannst du mir dann vielleicht billige meals machen so vor allem sind die ja kannst versuchen hoff ich mal die badgers so die enraged war ich kann doch küche käse kochen ja und hier liegt mit rum und das ist weder verboten noch sonst was also ja man kann gegenstände indem man über sie drüber geht sieht man hier oben ist die beschreibung in klammern und hier unten kann man gegenstände verbieten also die können dann nicht mehr benutzt werden die liegen dann einfach nur rum was ist hier schwaps na gut lassen wir ihn einfach mal schaffen er wird ja wissen was er tut für alle fälle ich habe hier keinen platz mehr und er ist wieder zu einem hermit geworden und nebenbei wir können mal wieder mit der natur kommunizieren und ich würde sagen den fischers workshop den baue ich wirklich hier draußen fisheries age also h den kann ich auf dem wasser bauen wollte mich veralbern da ist irgendwas nicht ganz richtig oder unser hermit kann einfach dinge die sonst keiner kann wow jetzt ist aber hoch 639 kann ich jetzt einen vogel rufen summon bird liegen jetzt die ganzen arrows hier rum ja und ja hat immer noch nicht geklappt. Okay. Kann ich was anderes machen? Ask Bird for News. Du bist gebaut, oder? Nein. Auch gut. Und? Keine News. Und wenn ich jetzt versuche, wilde Tiere zu rekrutieren, sind ja hier zwei Stück. Ja, Badger's Sauce. Ja, jetzt schläft er gerade wieder. Meine eigene Wildschweine. Juhu. Was hat er jetzt vor? Store-Item in Bin. Ah. Das hat auch wieder nicht geklappt, hä? Nein. Jetzt trinkt er wieder. Wer bist du? Bob, der imaginäre Freund. Bob ist da. Okay. Was kann Bob denn? Dem können wir Mining geben. Können wir dir einfach alles mal Haulern geben? Ja, Bob. Er hat keinen Job. Sag mir bitte, Bob, nicht, dass Bob useless ist. Ähm. Wo ist Bob? Da ist Bob. Nein, Bob ist nicht useless. Das heißt Bob könnte fischen. Bob könnte sich ums Fischen kümmern. Ähm. Bob, ja. Fishing and Related. Fishing, Fisch Cleaning, Fisch Farming. Gut. Ähm. Und wenn wir schon dabei sind, kann Bob auch gleich... ... ... ... müssten jetzt alle weg sein und ich frage mich halt bob ist ein imaginärer freund hatte gerade fisch gefangen prickleberries können witz verkocht werden nein fürs erste nicht fürs erste sollten prickleberries verbraut werden boodring repeat aber dazu sollten wir mal hier vielleicht ein mining befehl geben dass wir mehr steine rankommen also sagen wir so meinen wir mal das aus das ist die aufgabe von unserem nee das ist mal die aufgabe von bob und so meiner so was ist das bis motiv botze battle ex das so so bob bob geht ab weil wir sollten dann ein paar ach das war ich so rock pot was für pots gibt es eigentlich noch pot rock pot zehn stück so ich frage mich gerade bob äh status tops bob es sind weit content lady woskow okay er ist sehr dünn er ist stark naja sehr schön so dass mit dem mobile ding hat geklappt denke ich mal das heißt ich muss noch die anderen memorisieren würde ich sagen das klingt so komisch also eins zwei drei vier fünf sechs acht stück das heißt ich gebe auch gleich mein manager acht memoria slabs in auftrag äh ja slap white on slap firecraft construct wops lab acht stück was sagt meine küche wir haben wir haben was nice männlich prickleberries auf jeden fall ach so das ist ein fisch okay bob ist jetzt fleißig dabei zu graben ich weiß nicht wenn er die imaginäre freund ist muss er dann schlafen und so das werden wir sicher herausfinden so mit der zeit bob has become a miner yay also ja ich werde bob hauptsächlich für die einfachen aufgaben also das haulern und so brauchen okay der macht rockpots ist schön also fürs haulern meinern woodcutten und so weiter wahrscheinlich auch werde ich die dienst militär hinzufügen miss ich hätte daran denken soll ich hätte bob auch einen bogen und so mit geben sollen egal der kriegt einen holzbogen und dann ist das gut so was läuft da oben rum ein wachsmann was zum eine seltsame wachsartige kreatur in der form eines menschen es wird in friedfertigen gegenden gefunden und wirft mit ähm klebrigen wachsartigen brocken um sich selber zu zu verteidigen sein wachs ist ockerfarben ahja nett oder auch nicht okay bob der sammelt gerade pflanzen ein ist auch sehr schön unsere erdbeeren werden langsam reif die werden auch erstmal nicht verkocht ja gut ich habe mal die pause rein denn es ist mal wieder zeit für einen cut ich hoffe ihr habt weiterhin spaß wir machen langsam fortschritte in unserem kleinen lager wir haben jetzt auch bob mal kurz gucken welchen monat haben wir denn oh wir haben schon die hälfte vom jahr wiederum aber das ist okay soweit wir haben bob wir müssen gucken dass wir unsere verteidigung jetzt hochziehen das ist das wichtigste und dann sehen wir weiter im dritten wie es im dritten jahr weiter geht aber erstmal das zweite jahr überstehen und ich sag bis dann